Ein Regenbogen symbolisiert Hoffnung. Ein Regenbogen steht für Lebensfreude. Und beides wollen sich die kleinen Bewohner des Kindergarten Brunnecker in Grafenberg auch in Zeiten der Corona-Krise nicht nehmen lassen. Darum haben sie ihren Kindi, ihr zweites Zuhause, auch wenn sie das derzeit nicht besuchen dürfen, mit vielen aus- und selbstgemalten Regenbögen geschmückt. Die Erzieherinnen Freuds, sie haben sich ebenfalls an der Aktion beteiligt. Denn ihnen verschönern die bunten Bilder den Arbeitsalltag. Sie müssen schließlich auch jetzt noch die Stellung halten. Dabei bringen sie in der aktuell kinderfreien Zeit Räumlichkeiten und Equipment auf Vordermann. Und werden, wie alle, die den verwaisten Kindergarten passieren, daran erinnert, alles wird gut. Und dann können Sie auch die